Okay, sehr schick. Was haben wir hier? Der klebrige Saft dieser Frucht steht kurz davor herauszubrechen. Um etwas davon mitzunehmen, benötige ich einen Behälter. Da muss etwas Passendes auf der unteren Ebene sein. Oh mein Gott. Finde gleiche Blüten, um die Lianen zu entfernen. Ja, klar. Äh, warte mal. Okay. Okay. Die sind weg. Nee, das war ja so ein Dreieck. Die passen aber. Die passen. Das habe ich noch gar nie gesehen. Okay. Die beiden. Okay. Ah, jetzt haben wir es. Perfekt. Sehr schön, Leute. Ein Stein-Symbol. Und eine Lochkarte. Juhu. Das müsste dieses gewesen sein. Okay. Ähm, ja. Das könnt ihr euch mal wieder durchlesen. Danke. Das hätten wir. Ähm. Ach so, das war das gewesen. Kann ich damit irgendwas? Nee, mit dem Oliven kann ich irgendwie gar nichts machen, ne? Äh, die Flüssigkeit in dieser Pflanze. Uh. Sieht gefällig aus. Ich muss vorsichtig sein. Okay, das Oliven hält hier, äh, Dings. Was können wir hier machen? Diese Pflanze sieht aus wie ein Haken. Das könnte noch hilfreich sein. Okay. Bären. Ja. Es ist halt die Frage, für was wir die brauchen. Wir gehen mal weiter. Oh, hier ist schon wieder schön. Oh, hier ist Wasser. Äh, voll cool. Ups. Ja, ist ja gut. Alles cool bleiben hier. Okay. Das war... Du willst mich da nicht vorbeilassen. Ja, ist okay. Verstehe ich. Alles gut. Etwas zu essen würde den... Mmh. Jam, 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 jam. Ja, fein. Ja. Danke. Sehr freundlich von dir. Du kleines, süßes... Irgendwas. Hallo. Ach so. Warte mal, das. Äh. Okay, da können wir also auch noch rein. Perfekt. Cool. Äh, das Gerät glüht in der Farbe von... Aha. Oh, endlich kriege ich dieses Ding weg. Pff. Ja, und jetzt? You lose? Ich kann... Ich kann... Aha. Hehe. Nochmal. Jetzt muss ich die Schüssel abdichten. Okay. Ja, gut. Dann gehen wir da mal rauf. Oh, eine weitere noch Karte. Das könnt ihr euch wieder durchlesen. Bitteschön. Ohne Griff kann ich das Fernglas nicht drehen. Okay. Dann gehen wir da mal gucken. Ein Wimmelbild. Perfekt. Äh, eine Feldflasche. Ein Jagdhorn. Äh, ein Morgenstern. Nehmen wir den. Ein Fell. Ofen. Ein paar Thronengürtel. Ein Stern selber. Ein Stern selber. So. Ich denke, wir kriegen das Spiel heute noch durch. Also mit dieser kompletten Aufnahmesession jetzt noch. Hammerfalle. Falle und ein Stern. Falle und ein Stern. Falle und ein Stern. Da ist ein Faller. Den Stern habe ich noch nicht gesichtet. Oder drüber hergeguckt. Ähm. Ähm. Verdammt, wo ist denn der Stern, bitte? Ich sehe den nicht. Ah, der war wirklich gut versteckt jetzt. Der war richtig gut versteckt. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ähm. Okay. Ähm, da können wir nichts machen. Ähm, ja gut, hier gab es ja eigentlich nichts mehr, ne? Also hier waren wir komplett fertig, richtig? Glaube ich. Ja. Ne, hier war nichts mehr. Mhm. Gut, okay, dann gehen wir den ganzen Weg jetzt wieder zurück. Sorry, aber ich muss ja gucken, ob hier vielleicht noch irgendwie was passiert. Ja. Okay, dann müssen wir uns halt nur hier mit aufhalten irgendwie. Ähm. Irgendein Haken. Ja gut, das ist ja... Aha. Ah, okay. Nicht. Da kann ich jetzt... Ja, ist ja gut. Okay, außer dem hier... Da oben war auch noch was. Ähm, warte mal, das. Genau. Cool. Ein Fernglas. Ah, Moment. Wow. Okay, cool. Ja. Was haben wir da jetzt? ich habe durch das fernglas gesehen und nicht nur die ersten gebäude agathas entdeckt sondern auch einige symbole entdeckt ich sollte sie auf alle fälle mehr ich sollte sie mir auf alle fälle merken wäre das bessere deutsch dafür so was drei und ein und mit zwei kreisen an den seiten okay ich weiß zwar gerade noch nicht wirklich wofür aber ich kann damit noch nicht so irgendwie anfangen ja etwas klebriges aber kriege ich ja nicht etwas mit mir nicht ein behälter ich habe keinen behälter seilbahn emblem da wie gesagt ich habe keinen behälter also da komme ich nicht hin das wäre nämlich interessant gewesen und hier ist auch nichts mehr jetzt okay was machen wir jetzt was für ein behälter ich habe nämlich nichts mehr jetzt muss ich die schüssel abdichten etwas klebriges jahr war ich kriege ja nichts anderes ich brauche etwas klebriges also hier kann ich jetzt überhaupt nichts mehr machen wenn ich jetzt zurück gehe also hier ist nichts mehr aber ich kann auch nichts mehr anklicken davon ab also hier ist nichts mehr ich glaube sag ich ich deine